So meine Freunde, ja, ähm, Part Nummer 12, let's play Pokemon Violet Together, featuring unseren guten Pool-Mobil. Ähm, ja, ich hoffe mal, dass die Aufnahme so läuft wie sie laufen soll, weil ich gerade auch mal an einem Bildschirm aufnehme und das etwas kompliziert war, das zusammenzufügen, aber es wird natürlich funktionieren. Und, aha, das ist eine Straße, ich hab, ha, okay Leute, sorry, ich hab die ganze Zeit gerade gedacht, das wäre irgendein Bug oder sowas, aber, okay, ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Ich geh einfach mal hier lang. Okay, ein Minon, ich hab, irgendein Alchemisten. Das ist ein schöner Flammenwurf, oh. Ähm, gibt's hier im Pokemon Center? Das ist eine Hauptstraße, ich sollte besser schnell von ihr befreulich. Ah, okay. Ha, wow. Oh, aha, dieses Licht, dieser Lämmor. Pokemon Center, nein, ich wollte, ich wollte eigentlich ein Pokemon Center haben. Perfekt, hab mich schon gefunden. Ähm, ja, Bulli, ähm, ich würd gern wissen, was ich machen soll. Ich tendiere mal dazu, dass ich da hinten lang muss, wo du mich rausgelassen hast. Deswegen tue ich das jetzt auch. Und so auf schnellstem Wege. Und so, da, oh ja, genau. Hui, und perrekt. So. Dann landen wir jetzt auch schon hier im hohen Gras. Und werden dieses Minon mal wieder fertig machen. Ganz simpel, ganz einfach. Okay. Und, oh, ein Plozer. Ja, ich weiß leider nicht, ob der gute Puli hier schon was gefangen hat. Deswegen. Tut's mir auch leid. Aber ich werd hier kein... Wir werden hier so nichts fangen können, wenn wir das erste Pokemon, das ich gesehen hab, schon gekillt haben. Und, oha, Mitty. I hope mal, ne? Ja, ich hoffe mal richtig, dass ich hier echt richtig bin. Weil irgendwie hat er hier schon alles platt gemacht. Oder ist er... Ähm... Oder ist er von hier gekommen? Das kann natürlich auch sein, dass er von hier gekommen ist. Und in der Stadt was gemacht werden muss. Ja, sieht so aus. Okay, meine Freunde. Okay. Gut, haben wir... Einen Schutz dabei, muss ich den ganzen Weg nicht noch mal zurück. Hey, ein EP-Teiler, den wir geben können. EP-Teiler geben wir. Ja, die Marionette, die braucht den EP-Teiler. Und einen Superschutz. Äh, Top-Schutz, natürlich. Gut, dass du mir sagst, dass ich in die Stadt hätte gehen sollen und nicht hier irgendwie rauslaufen, ne? Ja, ja, so eine kleine Info am Rand, der hätte mir schon gereicht, aber nein. Der Pudi meint natürlich, der Kauha weiß alles, der hat die... Der hat das Wissen mit Löffeln gefressen. Genau, irgendwie so was war das. Gut, eine Hauptstraße, das ist auch eine Haupt... Ja, komm schon. Gut, dann mal sehen, wo wir hier hin müssen. Urina City. Hey, wie geht's? Sterne mich bitte nicht. Es ist doch nicht gerade der Hochverkehr, aber ich muss trotzdem darauf achten, dass hier alles geregelt abläuft. Okay, okay, ja. Gibt's hier eine Arena. Oder was anderes Tolles. Uh, Team Violet, Team Violet, Team Violet, ohje, 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 ohje. Da freu ich mich aber. Po! Das muss das Haus am Professor Primus sein. Darum stehen wohl auch hier über Team Violet-Rüppeln in der Gegend. Ich muss mich beeilen. Okay, okay, meine Freunde. Showtime gegen Team Violet. Pondus, der Flügelschlag. Won't, reicht. ist morgen geht auch ein flügelstack ab mit da okay du hast mich dort nur zwei natürlich könnten wir die auch einfach umgehen in der verung mit machen was Prozent ganz tricky wäre lieber vorbeilaufen aber ich hab mir gedacht ne müssen wir nicht tun wir sind ne 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 finalisch wir sind da gute menschen nein wir sind einfach nur trainer die gerne kämpfen und gerne Team Violet mit diesem super stylischen Frisuren fertig machen ja ich weiß gerade nicht welcher Knopf Select ist ähm Pudi wenn du das siehst drücke im Kampf den Select Knopf auf die Attacke und mach bitte Flügelschlag an erster Stelle so dass Fliegen nicht da oben steht weil Fliegen setz ich nicht gerne ein hey ich wollte gegen den Typen kämpfen ein Rettern oder auch Vorwärtsnatter ne Rückenwärtsnatter genannt Arrrr back back oder auch Cobra genannt ja genau oha oha die hat aber hier ja der hat in seinem Angriff geschwächt von daher Marionette Level 20 hey wie geht's ja die Marionette wird bald seine entwicklung machen oho jetzt hab ich Fliegen einsetzt Zwillicht ah zu meinem Turnier meine Freunde der Puli wird natürlich auch mitmachen hat er mir hat er mir ganz ganz dick versprochen oh sehr gut Mistral Mistral ok hat mich vor dir gewarnt ich werde nur meine Aufgaben erfüllen und sich aus dem Weg räumen ähm der Puli hat mir schon versprochen dass er mitmacht ich bin bald mit dem Puli durch das heißt ich fange weiter zu trainieren mir fehlen noch wartet während wir hier gut Fliegen einsetzen mir fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne 7, 8, 9 äh 9 Pauks davon bekomme ich 5 äh von Freunden geschenkt das heißt wir fehlen nur noch 4 Pauks zum Züchten heißt wir sind bald damit durch und meine Freunde äh dann Training das Training geht ja eh relativ schnell und Goldbart und ja nach dem Training folgt ja nur noch GP Items Farm das heißt ich werde eigentlich Mitte Oktober fertig sein und ihr dürft euch natürlich schon bewerben ne da steht da schon mal fest Mistralen was ein Name Professor Primoz ich bin kein Anlänger von Gewaltakten aber ich sehe mich zu einer gezwungen sollten wir uns nicht die Daten Gewaltmachten über den deserrekten aushängen Professorin ich habe Ihnen bereits alles gesagt was ich weiß bitte lassen Sie mir Gnade weiten der Junge vor den uns drin gewarnt hat wir übernehmen ihn nein wenn dieses Kind wirklich zu stark ist wie Rinn behauptet hat würde ich ihn gern selbst herausfordern hey ich werde mir selbst ein Bild von deiner Stärke machen und dann werde ich mega auslachen ok Mistral ist der Mega Rapper Mistral ok mit einem X-Bud ja meine Freunde und ich hoffe echt ihr werdet an dem Turnier teilnehmen das soll ne Menge Spaß machen also mir soll es ne Menge Spaß machen und euch hoffentlich auch einfach das ist einfach just for fun und ich meine ihr könnt aber einfach ein Perfect Pokémon aus meinem Bazaar gewinnen was ich würde da sagen das ist kein schlechter Preis weil so ne perfekte Zucht ist ohne 6 TV Ditto ähm ich hab zwei ähm ist ohne 6 TV Ditto natürlich ziemlich schwierig weil das seine hin und herge züchtet und was weiß ich deswegen könnt ihr einfach eins kostenlos gewinnen wenn ihr gegen wenn ihr alle kämpfe gegen mich gewinnt natürlich nun es ist egal ob blablabla und deserakt und ich danke dir vielmals erneut leider hat Team Weidet nun die Information über den deserakt ich bin unströslich könnten sie mir diese Information ebenfalls geben natürlich natürlich das ist das mindeste was ich tun kann pass gut auf vor langer Zeit gab es ein legendäres Pokémon das die Zeit bewachen sollte man sagt es erschuf den Zeitwald heute Silvanierwald doch die Menschen waren gierig und wollten die Macht dieses Pokémons nutzen also beschloss jedes Pokémon seine Kräfte in einem Stein zu versiegeln dem Deserakt oder im Volksmund auch Zeitstein dieser Stein birgt eine unglaubliche Macht die aber nur von diesem legendären Pokémon genutzt werden kann jedoch dieser Zeitstein hat einen zweiten Nutzen er liefert einem gigantische fast unbegrenzte Energiequelle mit der man die Welt über Jahrhunderte mit genügend Strom versorgen könnte sollte man die Energie des Steins also nutzen so würde der Stein logischerweise immer energiearmer werden und irgendwen würde der Zeitstein erlichten und das wäre sehr tragisch da dann das Zeit-Pokémon sterben müsste was für andere Folgen diese Ausbeutung des Zeitsteins haben würde ist schwer zu sagen aber es könnte sogar dazu kommen dass die Zeit stehen bleibt ein Ort völliger Dunkelheit ok Pokémon Mystery Dungeon Erkundung Team Zeit Dunkelheit Himmel zum Standort des Zeitsteins ist wenig bekannt viele meinen er sei noch immer im Zeitwald ein Forscher und bla bla ok das ist leider alles was ich dazu weiß mhm 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 Team Weisels aufhalten denn solltet jetzt diesen Stein oh bitte gut meine Freunde nachdem wir das gemeistert haben Route 5 Gary Poe altes Haus schön dich zu sehen auch du hast also schon deine dritten Ordnerung wie ich sehe muss du wissen dass am anderen Ende der Höhle eine Feuerlandschaft liegt in der Hitze da ist kaum erträglich aber ich schon meinen Teil werde doch noch etwas trainieren bevor ich einen Neu-Dorting gehe auch wollen wir werden gleich sehen lass uns yes better get scary er fängt meine Magma an gut dein Magma dein Magma dein Magma wird gegen den guten K.O.H. ja gegen meine Wehigkeit ähm antreten und Sonntag oh man ok ok das ist unvorteilhaft erstmal ne schöne Akkuwelle ja reicht ok also nix ums Kaumalat kannst du kannst du ne Eisattacke nein kannst du nicht ok Eis oder Drachenattacke checken wir ab nein 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 oder ist recht nein und gut dann darf gegen unser Kaumalat Soul Knight kämpfen gut erstmal gehts weiter und zwar mit einem schönen Schwerttanz erstmal ein bisschen boosten ok unschön unschön tja klinge perfekt Rex Blizzar da dürfte dies eigentlich auch guten Schaden machen und Blitz uuhh Blitzer Sound klinge wird sowieso immer stärker von daher perfekt jetzt unglaublich du bist anscheinend wirklich gewappnet die Feuerlandschaft zu betreten ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg aber wir werden uns sicher wiedersehen und dann werde ich der Sieger sein bis dann gut meine Freunde der Part geht jetzt nur 10 Minuten aber ich würde sagen die Ehre der Feuerlandschaft überlassen wir einen guten Pulli weil ich finde es ist so gesagt sein Game es war seine Idee und deswegen darf er die Feuerlandschaft betreten und dort das neue Pokémon fangen von daher 11 Minuten Pokémon Violet von K.O.H. das nächste Mal seht ihr euch beim Pulli wieder bis dann und Ciao Ciao